200 Meter noch. Der Junge hält sich prächtig. Komm jetzt! Zwei Spanier, zwei Briten, ein Franzose, Carsten Schlangen. Er kann zum Schluss nochmal. Kann er wirklich? Spanier ist vorne. Klar. Und jetzt kommt Carsten Schlangen. Holt er die Medaille, das wird der Hit. Komm Junge, gib alles. Jawohl, Medaille, Silber oder Bronze. Ja.